Der Welle ist weg. Ein Moment der Unachtsamkeit. Ein gekipptes Fenster, eine offene Balkondier und schon ist er entwischt. Wenn du ihn nicht mehr sehen kannst, mach dich mit Kescher und deinem Transportkäfig auf den Weg. Rufe ihn. Wenn ein Hörweiter ist, wird er dich hören. Vielleicht meldet er sich ja und du hast Glück und kannst ihn einfangen. Hilft das nichts? Frag den Nachbarn, ob sie etwas gesehen oder gehört haben. Ruf die Tierärzte in deiner Umgebung an. Tierheime, Futterhäuser, Zoogeschäfte, Papageinschutzzentren, sogar mir ist das schon basiert. Tierheime, Futterhäuser, Wärme, 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 Wärme.